Es wird uns eine ganz tolle Startoffel geben, in Grimmeln beim Nachtpull werden dann etliche Minipuller aus Kandidaten da sein. Es wird ein Baltic Cup gefahren, schwedische, norwegische, jenische Schlepper. Also in diesem Jahr ein tolles Bekommen von der DTU, von der Deutschen Mörker Pulling Organisation. Und Ende August geht es dann nach Sonsbeck zum Fahnenpulling. Auf der Jahrtermin steht schon. Also viel Trefferpulling in der Nähe von Fisik in diesem Jahr. Und wir sind im Finale der Minipuller-Klasse Hoard, Hered und Ostbeban ist noch einmal am Start. Und er wird jetzt versuchen den Tagessieg einzufahren. Und dafür muss er an die Weite von No Fire, No Fun vorbei. 74,48 Meter ist er. Da ist er, der Tagessieg für das Vorbett-Team. Landy auf zwei und die Ghostbuster auf drei. Er steigt ab, hat sein Lenkrad in der Hand, nimmt den Helm ab. Liebes Publikum im Fisik, groß Applaus für Hothead. Sherry Power, gnadenlos sag ich nur. Und her.